Wie scheiße. Du... WTF? Was Gutes? Ja! Nein! Alter, WTF? Wie viele Münzen waren denn da gerade? WTF? Alter, weißt du wie viel das gewesen wäre? Ach du Scheiße! Was war das denn gerade? Wie viele Münzen da waren! Am Anfang die Qs, auch wären Full Lines gewesen, übelst viele. Alter! Was war denn das, was war der übelste Spin? Du Scheiße, Alter! Ich hör dir mal vor, die Münzen wären... Alter, wir wären jetzt Millionäre gefühlt, ne? Alter, das habe ich nie gesehen! Wie viel das gewesen wäre! Oh... ...lie... ...quackamoli! Alter, Vater! Allein das ist schon krank! Die Haas sind scheiße, die Haas! Alter, ich dir mal vor, jetzt mit Bremsen... Alter, ich dir mal vor, die Münzen! Alter! Die Münzen wären bestimmt so um die... ...1600, 1600, weiß ja. Tief jetzt heftig! Das geht jetzt auch noch hoch! Oh ja! Denk mal so ein 200er, denk ich mal! Iiiiiiii... Das ist heftig! Alter, Vater! Das Bild an sich schon war krank gewesen! Ja, weißt du, du so bei mir... Oh, dreiein ein Bild, das hab ich auch noch nie gesehen! Und das waren viel kleinere! Und jetzt kommt das übelste Riesenteil und noch zwei und macht fast das ganze Film voll! Alter, Vater! Ja, ich wollte nur sagen, Battlefield ist drin, ne? Kommt drauf an! Wollen wir jetzt alles wegrippen! Sollen wir überspringen? Nein! Aber das Lied ist es übrigens, soll ich es immer schicken? Nein! Ja, mach! Russisches Volkslied! Und du wolltest nicht auf 80 Cent spüren! Mach auf 0! Ja, warte, ich will das nur angucken jetzt hier! Ach, püh! Ne! Überspringen das gleich! Na, was? Nein! 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 Okay! Naja, aber ich will jetzt hier nicht nur fünf Minuten sitzen! Na komm, das spüren wir mal! Loin! What the fuck! Alter, fuck! Stell dir mal vor, Mensch! Junge Scheiße! Es wären 2.000 gewesen! Das wären locker über 2.000! Warte, was sind das? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Wenn du jetzt mal guckst, neun Stück! Halt! Neun Stück! Neun Stück! Neun Stück! Neun Stück! Warte, wir hatten jetzt, wir hatten jetzt, warte, mal 480! Und da wär's mal 1.920! Heißt, es wär viermal so viel gewesen! Ah! Ach! 1 Also, er hat Education Note 1